Heute, was geht ab, Leute? Jetzt kommt der Hong sogar hier rüber. Heute, was geht ab, Leute? Du hast gestern sogar unter meinem Video noch geschrieben. Na klar, sagt er auf der Suche nach Hong und dann hier ist er wenig. Ihr müsst mich nicht suchen. Ich komme zu euch. Wunderbar. Los, lauf nochmal hin. Es sah gerade so lustig aus. Es sah aus, als wolle er dir eine Backpfeife geben. Muss an die andere Seite. Vor allem hat er sich gerade selbst gedisst. Jetzt nochmal mit dem Kopf dagegen so. Jetzt haben wir natürlich neben unserem gelben Bändchen noch zusätzlich ein rotes Bändchen, damit wir auch schon 18 sind. So, und jetzt willst du hier rein, ja? Ja. Los, Bruder, wir stürmen uns da rein. Super wär's, Egon. Okay. Da gibt's ganz viele kleine Bucke. Einmal rein filmen. Wolltest du nicht was mitnehmen für die Marie? Vielleicht? Oh, das ist aber toll. Ich hab auch schon was Interessantes gefunden gehabt. Das ist cool. So, wir waren jetzt natürlich da an dem Stand, wo es die vielen Plüschtiere gab. Und wir konnten es uns natürlich nicht nehmen lassen, uns das hier zu kaufen. Das hat sage und schreibe 30 Euro gekostet. Aber ist ja original, aus Japan, original, das versteht mich nicht, wenn ich mit ihm rede und andersrum genauso. Und dann gab es gerade noch eine Special-Tüte dazu. Wollen Sie noch einen Beutel? Genau, da gab es gleich die passende Mülltüte dazu, damit es sich wie zu Hause fühlt. Nein, also das ist schon ein saftiger Preis. Das ist natürlich 30 Euro, aber ich finde das cool. Das sieht so verwirrt aus, das passt zu mir. Da gab es natürlich noch viele andere Sachen, aber das ist toll. So, einfach mal die Leute gefilmt, jetzt regen sie sich natürlich auf, wie eine Rücks. Aber ist egal, kann man ja mal machen. Die waren ja eh maskeiert. Wir suchen jetzt natürlich Pupsi, weil die irgendwie abhandengekommen ist. Palmen, aus Plastik. Grumpy Cat. Das kann ich nicht machen, einfach so. Das kommt automatisch, aber wenn man das versucht, absichtlich zu machen, dann funktioniert das irgendwie nicht. Ja, das kommt davon, wenn man sich zu viel Bubble Tea gönnt, dann sieht der Boden so aus. Aber wir haben es immer noch nicht gefunden, ihr müsst aber jetzt irgendwo hier rumrennen. Danke, gerne. Lauf mal fix da durch. Hallo. Hallo. Oh, ich habe was Lustiges gemacht. Was Mystisches ist doch auch gut. Wir sind am Start mit Bubble Tea. Da wächst mir der Bart. Das ist glaube ich nie. Und immer denkt man, man erstickt. Aber das ist ja das Gute beim Bubble Tea. Deswegen ist ja auch verboten. Aber hier gibt es natürlich alles, also gönnt euch. Wir finden, wir wollten schon die ganze Zeit zu diesen Pokestops in diese ganzen Reihen. Sind immer noch nicht hingekommen, weil wir uns immer so verlaufen und nicht wissen, wie wir da hinkommen. Aber wir werden es schon noch finden. Da glaube ich fest dran. Heute ist schon besser als gestern. Hier, recht den Pullover halten. Ja, das wäre nicht schlecht. Komm, ich halte Pullover hier. Los, hau rein. Mach voll den Sack. Oh, sind das Erdbeeren, ja? Ja. Das ist aber schön. Ich bin auf der falschen Seite, da sehe ich nichts. Und noch ein paar Cola obendrauf. Eine Würmchen gibt es. Würmich. Das ist aber schön. Würmchen. Von allem ein bisschen was. Warte mal, hier drüben. Na, da ist die Tüte aber zu klein. Von allem ein bisschen was. Schlümpfe. Dürfen nicht fehlen. Danke. Hä, wie? Die gibt es auch mit gelber Mütze. Ich kenne die nur mit weißen und rohen. Kirschen. So die Erdbeeren. Genau. Das war's? Ja. 100 Euro. Wenn man sich schon so schön zurecht gemacht hat. Okay, dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Tschau. Ach, der Bob. Er guckt da wieder wie so ein Mofa. Oh, jetzt gibt der Sandra ihr eine Ohrfache. Guck. Lass mein Mann in Ruhe. Nein, alles gut. Gönn dir Cola-Bruder aus dem Automat. Oh, ja. Einmal Cola und eine Fricks. Die Snack-Frikadelle. Für zwischendurch. Suft, 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 suft. Gleich ist er fledert. Wie wenn die Putsche da ins Klo fällt. Einfach nur. Fricks. Jetzt muss ich gucken, wenn Bob seine... Nein, die ist schon runtergekracht. Und, der Restgeld? Wollte ich die Explosion erleben. Der Restgeld. Der Geld. Bob, mach's gleich auf. Ich will sehen, wie es spritzt. Pssst. Bitte hier nicht schminken oder umziehen. Nutzen Sie die dafür vorgesehenen Garderoben und Umkleidekabinen, Bruder. Und gönnt euch Secrets all the way. Nach einer kleinen Klopause geht es sofort wieder weiter. Also ich war nicht, ne. Nur der Rest. Ich mach sowas ja nicht. Ich hab gerade ein Dino verfolgt. Roland Special Sandwich gibt's nicht, ist aus. Und Maiskolben sind auch aus. Jetzt gibt's keine Maiskolben mehr. Die sind schon weggefuttert. Das stand so genau auch vorne dran. Maiskolben weggefuttert. Wir sind immer noch auf der Suche nach Nino und Lukas, die hier irgendwo rumrennen müssen. Wir laufen nämlich jetzt mal zu den Stops. Weiter geht das große Fräsen natürlich mit einem Hotdog Jalapeno. Drinnen gab's natürlich eben nochmal China-Nudeln. Für 5 Euro, glaube ich, die Portion in der Box. Jetzt Jalapeno-Hotdog. Ja, mal sehen. Nachher werden wir uns natürlich noch einen Hamburger gönnen. Aber das dann zum Abschluss. Wenn wir den Rest wieder gefunden haben, weil die alle irgendwo zerstreut sind gerade. Denn es gibt ja auch scharfe, feurige Hamburger mit, wie heißen die denn, einfach Hotfire mit Jalapenos. Und überall müssen natürlich Jalapenos dran, damit man richtig merkt, wie es brennt. So, das war's also jetzt auf der MacCon Convention. Und wir werden jetzt nochmal in die Innenstadt gehen, zu dem Streetfood-Festival. Da mal vorbeischauen. Ein paar gegrillte Kakerlagen. Frittierte Tentakel. Nein, keine Ahnung, was es da so gibt. Frittierte hier, äh... Wie heißt denn hier diese hässliche... Was war das? Auf den Pizmit-Merch. Ja, zeig ich mal, was hast du denn da? Eine schöne neue Bluse. Das ist aber schön. Meiner hat das endlich mal an. Aber der Zahnfet, wie man ihn in Fachkreisen nennt, hat natürlich... Den auch nicht mehr an. Also alles cool, wie immer natürlich. Er hat die Dinge in der Hand, sehr schön. Genau, die geben Props hier raus an Pizmit und ich kenne das Nischma. Ich bin halt ein bisschen zurück in der Zeit. Jetzt schauen wir nochmal zum Streetfood-Festival. Wir haben da noch irgendwie... Genau, Frittierte Tarantel. Jetzt habe ich Spam. Das gibt's bestimmt dort. Und da nochmal vorbeischauen. Also... Peace out Vorhaut. Peace out Tarantelhaut, Bruder. So... mos... śnief. I'll... See ya. I'll... �� things out. I'll... 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 Bis zum nächsten Mal.